So, noch ein Versuch. In diesem Part werde ich wahrscheinlich nur den Boss machen. Oh, der wird dann ein bisschen kürzer, der Part. Ich würde mal behaupten, so eine halbe Stunde. Nee, ey. Fuck. Da habe ich zwei gepullt. Gott. Kann ich direkt schon wieder resetten gehen, ey. Ja, sind mir beide gefolgt. Geil. Es geht immerhin um 15.000 Seelen. Das ist schon eine Menge. Ne. Ne. Oh Gott. Die haben mich hochgenommen, aber richtig. Oh Gott. Ich kann heulen, ey. Ey, das ist so traurig, Mann. Kann ich? Ich meine, Ray kann nicht wirklich was machen beim Boss. Würde ich mal behaupten. Ups. Hat's vergessen. Also ein paar Estos brauche ich schon. So, das Problem hier war, dass ich den gepullt habe, aus Versehen, ja. Ichhangulde. Okay. Okay. Ahem. Ich will halt nicht zu nah. Was macht denn dieser geborrsene rote Apfel? Er befällt andere Welten. Ja, ist mir scheißegal. So, ich hab 6 Estus. Das sollte ja wohl reichen. Hölle der Untoten. Direkt anfangen zu laufen. Ahem. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Null XP, Null Seelen mitgenommen. Okay, dauert doch noch. Der ist noch da. Hätte nicht gedacht, dass er noch da ist. Okay. 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 Lieber hier rein Was macht der denn hier? Noch geiler Kommt der jetzt wieder oder nicht? Wenn nicht, dann Habe ich hier leichtes Spiel Okay, hier ist noch einer Okay 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 Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Hier geht's weiter, oder ich kam von da, ich kam von da, ne da geht's weiter, weil hier ist ja zu Ende, logischerweise, dann räume ich eben nochmal den Tunnel auf. Sobald ich die, äh, Claymore gefunden... Oh! Oh! Ich dachte schon, das wäre ein Loch. Sobald ich die Claymore hab, werde ich mal schauen, ob ich darauf wechsle. Ich glaub, ich bin sogar schon an einer Claymore vorbei. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sehe, ich kann's ja mal googlen. Aber wir werden früher oder später eh darauf zukommen. Und der Hammer ist schon ziemlich geil. So, ist hier ein Bonfire. Ja. Wie heißt das Bonfire? Hölle der Untoten. Dann... Okay. Aber erstmal zurück nach Majula sind... Drei Level vielleicht. Ich hab's fast noch... Ein Level vielleicht. Dann hätten wir jetzt. Ich könnte natürlich... Ich guck mal eben. Eigentlich ist das ja eher... für Notfälle, wenn's mal grad nicht passt. Ich glaub, das reicht. Zack. Schiet. Ja. Zack. Das... Das ist dann unsere finale Beweglichkeit. Den Rest werde ich jetzt auf... Stärke finde ich eigentlich ist okay. Ich würd sagen Vitalität und Kondition. Dann... Ähm... Mit meinem Leben bin ich eigentlich auch zufrieden. Also werde ich wahrscheinlich... Ja, Kondition erstmal auf 30 bringen. So, ich werde hier jetzt noch ein bisschen für... Knapp... Oh! Ist ein Händler? Ich denke mal, das ist ein... Magierlehrer oder so. Und ich hab nicht genug Intelligenz. Was? Wie? 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 Okay, ähm... dann bemühe ich mich mal hier und schaue mal eben nach, wo ich als nächstes hingehen soll, weil ich hätte ein paar im Sinn, ich weiß aber nicht, ob das dann nicht vielleicht, ja es gibt keine falsche Harvest Valley, wie kommt man denn zum Harvest Valley, ist es das, wie komme ich da hin, was, beim Boss gab's, nicht im Ernst, Moment, Oh, Fletcher, Fletcher's Bonfire. Okay, ja ich erspare euch das ganze Rumgesuche, indem ich es einfach google, ich finde es ist nicht verwerflich das ganze so zu spielen, es spielen genug Leute so und mir macht's einfach keinen Spaß, mir macht's einfach keinen Spaß irgendwie ewig suchen zu müssen, das ist einfach Bullshit, wem es Spaß macht, okay, ja, stundenlang rumzusuchen, ich hab auch zu schlechten Orientierungssinn, um, das verschlimmert das ganze alles, hier nur, das geht nicht klar, das ist das Problem, das ist ne Mischung aus allem, wenn das zu verwinkelt ist, verliere ich direkt das Interesse, Interesse, so, ja ne, kein Bock ist, jetzt stundenlang abzugrasen, das, hab ich einfach keinen Bock drauf, dann, ähm, okay, äh, dann, irgendwie, und dann, selbst mit, Anleitung, also, hier ist, ist was, ich hab gelesen, dass es hier vielleicht weiter geht, ist hier ein Hebel oder so, oder so, nein, ach, halt dein Maul, das ist wieder, ah, da kriegst du schon direkt wieder das Kotzen, ey, aber das ist wirklich meine Schuld, das ist, natürlich haben die es schon so designed, dass man das übersieht, aber, also, das Gebiet soll sehr giftig sein, muss ich aufpassen, ich hab, drei Stück, und, äh, keine Überraschungsangriffe, man soll hier langsam vorgehen, pff, alter, Erntetal, da ist jemand, und, ah, hier ist er im Bonfire, alles klar, ich schau eben auf die Uhr, ja, fünf Minuten, das Gift geht ja gar nicht runter, das ist ja behindert, hallo, 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 Ja, 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 Titanitscherben, wow, und, das Ketenläuftfeuer, ähm, Titanitscherben kann ich doch, hab ich doch schon genug, oder wie viel habe ich, 14, erneuter Tod und Seelenfrieden, ja, super, ja, super, Okay, jetzt geht die, glaube ich, nach Majula. Die meisten, wenn man... Oh Gott. Die meisten, die man vollquatscht, reisen nach Majula. Gut, dass ich eine stumpfe Waffe habe. Also, da ist so ein... So ein Großer. Alles klar. Ups. Scheiße. Scheiße. Wie kann man denn da rein, ohne komplett am Gift zu verrecken? Das ist so... Oh Gott Ach du Scheiße Oh ist ne Dame Drachen Amulett Oh Gott Eigentlich wollte ich den Hebel nicht drücken. So. Ich könnte noch hoch... ...seite... Ja, mach ich eben. Obwohl, Arsch. Na, man weiß nie. Und unten geht's weiter. Auch weiter. Oh. Zweites Bonfire. Sehr gut. Nein! Fuck. Alles resettet. Aber ist okay. Vielen Dank. Wir sind ein gutes Stück weitergekommen. Bis dann.